Hallo, hier ist Erik von Total Cool. Grüße! Dieses Mal berichte von den einzigartigen Luftkühlern. Unsere Luftkühler kühlen die Luft um satte 45% ab. Und das bei 12 Volt sowie auch bei 24 Volt. Und sogar bei 230 Volt, sodass du dieses Gerät überall hin mitnehmen und überall kühle Luft bekommen kannst. Ein langes 12 Volt Kabel wird mitgeliefert. Mit einem normalen 12 Volt Anschluss von 3,5 Metern Länge. Damit kannst du das Gerät sehr einfach bedienen. Überall platzieren, wo du möchtest. Ein Kabel mitgeliefert, auf 230 Volt mit Adapter verwendet werden kann. Mit dem du ihn sogar zu Hause, im Büro oder in jedem beliebigen Raum. Daher kannst du es verwenden, wo du 230 V hast. Total Cool 3000 ist wirklich sehr leicht und einfach. Er wiegt im leeren Zustand nur 2 Kilogramm. Sehr bedeutend. Möchtest du ihn im Wohnwagen oder Wohnmobil mitnehmen? Deiner Ausrüstung zum Campen oder Angeln gehen. Total Cool 3000 hat sehr niedrigen Stromverbrauch und ist in 4 Stufen einstellbar. Die höchste Stufe ist 22 W. Dann haben wir 11, 7 und lediglich 4 Watt zur Verfügung. Und das bedeutet, dass er nur 0,3 bis 1,8 Ampere pro Stunden auf einer Batterie verbraucht. Ausreichend für jede Batterie. Ihn einfach die ganze Nacht oder einen Tag lang zu benutzen. Der Total Cool 3000 ist sehr benutzerfreundlich. Einfach. Du öffnest den Deckel. Sie können ihn von oben mit Wasser füllen. Wobei du den Filter zu Beginn kurz anfeuchtest. Du kannst vorsichtig etwas Wasser über den Filter gießen. Damit es durchdrängt wird mit Wasser. Und dann füllst du den Rest des Geräts mit einem Maximum von 1,5 Liter. Dann denk an Wasser zum Kühlen. Bringt das jetzt nicht viel Feuchtigkeit in einem Raum? Nun nein. Unser Total Cool 3000 ist dazu in der Lage mit einer Füllung von Wasser. Maximal 1,5 Liter. Also 10, 30 Stadler Betriebsdauer je nach Einstellung. Die höchste Stufe ist der Turbomodus für uns. Damit wird es etwa 10 Stunden funktionieren. Und in den anderen Modi bis zu 30 Stunden lang. Bei dem Sie einfach maximal von kühler Luft profitieren können. Der Filter des Total Cool 3000 ist einzigartig. Ein dickes Filter mit vielen Lamellen. Wodurch es eine große Fläche hat. Es ist daher so, dass unser Total Cool 3000 sehr starker aufbauender Ventilator. Der direkt durch den Filter hindurch geht. Kann wirklich kühle Luft bis zu 7 Meter weit bringen. Der Filter hat durchschnittlich 800 Betriebsstunden. Oder für die Dauer von einem ganzen Jahr lang. Das Gerät wird bereits mit zwei dieser Filter mitgeliefert. Zwei Jahre Garantie. Keine Sorgen in den ersten zwei oder vier Jahren machen. Jetzt ist er hier an die 230 Volt angeschlossen. Mit einem herkömmlichen Euro-Stecker ausgestattet. Die Verbindung ist hier weiter hinten und ist genau dasselbe. Für den Anschluss an eine 230 Volt Steckdose. Einfach einstecken, fertig. Für jedes 12V kannst du eine Steckdose verwenden. Ob im Auto, Wohnwagen, Wohnmobil oder auf einer Powerbank. Es ist alles möglich. Der Total Cool 3000 kann auch mit ätherischem Öl genutzt werden. Wir haben ein Paket für euch verfügbar. Einfach und kostengünstig mit dem Total Cool 3000 zu bestellen ist. Das Paket besteht aus 5 Düften. Darunter Pfefferminzöl. Eukalyptusöl. Zitronen-Teatreeöl. Und Zitronellaöl. Mit einem angenehmen Duft kannst du deinem Wohnwagen oder Wohnmobil aufwerten. Natürlich haben wir auch Zitronella, mit dem du also Mücken vertreiben kannst. Vollkommen leicht. Du öffnest den Total Cool 3000 Gerät. Vergewissern Sie sich, dass er vorher aus ist. Nimm einfach ein ätherisches Öl und verwende ein paar Tropfen davon. Im Wasser und das ist ausreichend für entweder einen angenehmen Geruch oder einen Abend ohne Mückenstiche und Insekten.